Ja, Chichen Itza, Göttervater Odin führt die Wikinger quer durch den Dschungel direkt auf eine fremde Stadt zu. Rat an seinen Kameraden. Wir hatten damals dem Stamm der Nachos unser Vertrauen und unsere Freundschaft geschenkt. Hatten ihr Volk gegen die fremden Feinde verteidigt. Unsere Krieger hatten ihr Blut für diese Skrählinge vergossen und der einzige Dank, den wir dafür erhielten, war Verrat. Bitterer, feiger Verrat. Noch jetzt kocht das Feuer der Wut in mir, wenn ich an diese erbärmlichen Feiglinge zurückdenke. Mögen die Dämonen der Unterwelt ihrer Seele peinigen und die Riesen Utgards sich an ihren gebleichten Knochen lahmen. Bitte verzeiht meine Worte. Doch der Schmerz sitzt auch heute, nachdem so viele Winter vergangen sind, noch tief in meinen Gedärmen. Nun, wie dem auch sei, wir überlegten damals lange, ob wir zum Dorf der Nachos zurückkehren und ihnen mit Feuer und Stahl den Lohn für den Feigenverrat bezahlen sollten. Mein Großvater war es, der die wütenden Krieger davon abhielt. Im Vertrauen auf die Weisheit Odins wollte er dem Weg folgen, den der Göttervater für uns bestimmt hatte. Wir zogen also weiter Richtung Morgengrauen. Der Küste entgegen, an der unsere Kameraden hoffentlich auf uns warteten. Je weiter wir vordrangen, desto dichter wurden die Wälder um uns herum. Manchmal mussten die Männer, die unseren Marsch anführten, sogar mit ihren Schwertern einen Weg durch das Unterholz freischneiden. Die Luft um uns herum wurde mit jedem Schritt heißer und feuchter. Oft waren wir heftigen Regenstürmen ausgesetzt, die aber schon nach wenigen Augenblicken vorüberzogen. Nach solchen Gewittern schien der Boden unter uns zu kochen. Dichte Schwaden heißen Dampfes, der von der Erde emporstieg, machten uns das Atmen zur Qual. Durch die argen Strapazen, die wir erdulden mussten, kamen wir nur sehr langsam voran. Ich hatte schon fast den Mut verloren, als der Dschungel den Blick auf eine Lichtung freigab, die im Osten von einem hohen Gebirge begrenzt wurde. Hier konnten wir rasten. Ja, finde den Sonnenstein. Gut, wir haben ein Zweifamilienhaus. Und hier eine Menge Platz für eine... Farben, wollte ich sagen. Gut, jetzt können wir... ...also einen Bauernhof hier oben bauen. Gleich mal. Bauarbeiter, Bauarbeiter, haben wir den Zivilisten oder so? Nö. Wir hatten den Fischer Björn und Bauarbeiter. Ja, ich kann von vornherein sagen, das wird leider auch wieder keine friedliche Mission. Jägerzelt bauen wir hier drüben hin. Hier, so direkt. Da sind nämlich genug Tierchen. Überall. Ja, Grimhild und Pjarni. So, das Erste ist schon mal fertig. Von vielen Gebäuden, die wir bauen müssen. Ich hab'n Träger. Ne, warte, du trägst erst mal fertig. Beim Haupthaus lernst du schneller. Ist schon mal gut, dass wir einen Träger haben. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich da die Bäckerei hin. Und hier drüben irgendwo die Mühle. Und da oben das... ...Hau... ...äh... ...das Dreifamilienhaus für die Mühle. Oh, Berni ist erwachsen. Und das Reste kann gleich schon mal Farmer werden. Kann schon mal in dieses Haus einziehen. Und heiraten. Und wir haben den Bauarbeitermeister erfunden. Sehr gut. Ja, du... Komischerweise, Träger, die im Haupthaus arbeiten, kriegen doppelt so schnell Erfahrung. So, Grimhild ist nun erwachsen. Was ist los, Berni? Heirate, Grimhild. Und... ...wo ist Sven? Sven ist hier. Der kann auch gleich heiraten. Weil Sven ist ja unser Hauptbauarbeiter. Ich habe nur gerade keine Ahnung, wo ich mit der Holzindustrie hin soll. Ob ich den Holzfelder hier oder hier unten bauen soll. Und dann die Tischlerei da oben hin. Ich glaube, den Holzfelder baue ich wirklich hier unten hin. So, du bist Träger gleich. Gut. Das heißt, du wirst jetzt erstmal Kundschafter. Ach ja, und ein Lebenssammlerzelt brauche ich auch gleich. Ja, direkt beim Leben. Dann kommt hier der Schuster hin und hier der Töpfer. Und hier der Tischler. Und wie immer überspeichern wir. Wir haben dieses Mal keine Soldaten von Anfang an im Gegensatz zur letzten Mission. Was zwei Sachen bedeuten kann. Entweder... Müssen wir gucken, wie wir klarkommen. Ohne Soldaten. Oder ist es wieder so, dass die Gegner uns zwar feindlich gesonnen sind, aber wir nicht angegriffen werden. Also ja, dank Fisch kann ich mich kurzzeitig über Wasser halten. Ich glaube, wenn der Fisch alle ist, werde ich dich zu was anderem machen und das Fischerzelt dann einreißen. Es ist viel Dschungel hier, aber wenig Beerenbüsche wahrscheinlich. Oh, Gold ist schon mal hier. Und Eisen ist halt hier oben. Hier ist so ein kleiner Bergsee. Hier ist jede Menge Gold. Und auch Holz für das Gold. Tut mir leid, aber da zieht er schon ein. Ja, weh. Du hättest ein Schläfchen, das ist okay. Sven ist immer noch nicht verheiratet. Ja, Sturland bleibt Bauarbeiter, das heißt Lothjolf und Ansgar können auch schon mal... Also wenigstens Lothjolf kann heiraten. Der wird nämlich unser Jäger. Sven heiraten, Lothjolf heiraten. Dann eine Mühle bauen. Ja, hier so. Und da werde ich die Jobs wieder verteilen. Ja, will? Ja, hier so. Da ist ein Stein. Also ich werde jetzt erstmal den Norden erkunden, bevor ich hier irgendwo durchmarschiere. Weil das hier sieht ja schon mal recht einladend aus mit den beiden Markierungsfiguren, die sozusagen den Weg markieren. Das ist ein Unheil, aber du musst erstmal eh zurück essen. So, Müde ist fertiggestellt. So, das heißt Lothjolf. Oh, eine Sache könnt ihr mir noch bauen. Von mir aus hier hin. Gabelbad ist hungrig, deswegen habe ich ihn auch hierher geschickt. Dass er was isst. Dass er sich erst mal satt isst. Dann baut ihr mir die Schule, dass ich einen von euch zum Farmermeister machen kann und einen zum Jäger und einen zum Nemarbeiter. Wobei Holzfäller wäre erstmal wichtiger. Ja, klar. Ja, Will. Gott, gibt's hier viele Schafe hier oben. Und nochmal sehr viel Holz. Und Pilze. So, Schule ist fertig. Das heißt, Sven und Sturla bleiben, was sie sind. Ansgar, du wirst Jäger. Und Huffgrim, du wirst Holzfäller erstmal. Und ja, jenseits der Bäume ist auch wieder Ende. Das heißt, unsere Eisenproduktion kommt wahrscheinlich hier oben hin. Tja, und dann geht es nur noch D. Feinde hier zu entdecken. Ah, Farmer. Du kannst schon mal Müller werden. Sobald du Farmer geworden bist, werden wir speichern. Ja, da der Fisch-Dingarbeit leergefischt sein scheint, haben wir auch hier nicht die große Wahl, als Dichter zum Lehmarbeiter zu machen. So, du wirst Farmer, du kannst auch gleich ernten gehen. So, aber wir speichern hier jetzt. Und machen einen Cut. Also, bis gleich. Und dann, bis gleich. Und dann, bis gleich.